hallo herz willkommen jetzt gibt es eine Runde Doppelterraner bei eurem Mutipemwandel genau auf den Schreiben von Lidzuhl und abonnieren nicht vergessen denn bis zum Ende guckt eh keiner also Sachen vom Anfang gleich ja im Übrigen spielen wir auf dem Ami-Server ja mit unserer MMR nicht auf dem Europa-Server versauen nicht genügend in Reihen aber es hat nichts zu bedeuten wir werden trotzdem verlieren definitiv ja ist schon verkackt glaube ich ne egal wie jetzt schon verkackt geht doch gar nicht ich habe BWF nicht geschickt übrigens der Mikro knistert ein bisschen es knistert ein bisschen jetzt ist es besser oder ist es nicht besser ist das scheiß Kabel du musst auf jeden Fall mit Terran ruhiger werden also was waren denn die eigentlich ich habe gar nicht geguckt keine Ahnung mir auch egal Zufall Botos ja Zufall Botos ja Zufall Botos wann nimmst du das Zufall Botos immer äh später erst später vielleicht nach der Barracks aber ich bin mir nicht sicher also ich habe noch keine Bilder oder ich habe auch keine je nachdem glaube ich keine Ahnung das erste Gas auf jeden Fall direkt nach der Barracks ja das habe ich jetzt nehme ich meistens nur noch so vor der Barracks ich mache Gas first dann baue ich Worker bis 19 und dann kommt hier ein Reaper und das Orbital das hat eher die Satellitenzentrale ja Orbital Command das habe ich auch gleich also wenn die Barracks fertig ist ja genau dann passt das nämlich genau also genau wenn du in Worker machst du deinen Reaper auch genau genau gleich das Gas haben und dann gehe ich gleich Exxon ja das ist das Grund wegen jetzt weiß ich nicht weiter ich nehme jetzt das zweite Gas nee das nehme ich viel später da brauche ich glaube ich zuerst noch Marine äh wurden gescoutet ob an der Gold was ist ok er hat mich nicht gesehen dass ich jetzt hinfahre ich habe jetzt noch ich habe einen Reaper jetzt und jetzt brauche ich den Marine ein und dann müsste ich jetzt unten beim bei meiner Exxon noch einen Bunker bauen die abzusetzen abzusetzen halt bei mir gegen TOS muss ich das machen Terranor ist hier mit dabei ich ziehe sie alle alle Gurker aber unterwegs in Ordnung gut gemacht unsere Verweigerung wäre da reingestellt sicher doch los geht's natürlich ich habe gar nicht gesehen aber jetzt brauche ich das Ding hier und da war der Marine jetzt glaube ich glaube ich wenn ich die äh Fafil gebaut habe dann brauche ich das zweite Gas könnte den Dings dann kommen ne ne ein Orakel oder sowas ja bestimmt die werden immer noch gescoutet er weiß dass ich eine Gold habe und einen Cannon Rush oder so nee eigentlich nicht ist zu spät naja es ist zu spät und da fährt die immer schön rum und scoutet das muss ich mal unterbinden das nervt mich den kann man doch irgendwie weg machen den Bunker von dem Bunker von der E-Mail was wichtig ist nicht genügend da ist nun schlecht ich weiß auch nicht bei Protoss wäre ich jetzt auch noch ziemlich schlecht gesehen bei Protoss wäre ich jetzt auch noch ziemlich schlecht gesehen durchgeladen und entsichert worauf soll ich fallern Sir so so man wird den wenigstens bekommen so auf jeden Fall ein Luftabwehrtürmchen bauen so auf jeden Fall ein Luftabwehrtürmchen bauen ja jetzt brauche ich noch hier das Ding brauche ich noch und dann fett Mude schmeißen ja ja die hat Gold genommen ja die hat Gold genommen ja die hat Gold genommen ich pumpe Marines ohne Ende ich gehe wieder auf Kreuzer vielleicht und ich bin bereit ich bin fertiggestellt nicht genügend nur noch Mineralien jetzt bauen wir mal einen Flughafen ja hab ich schon raus und vielleicht ein Panzer oh für Panzer hab ich echt hab ich grad null Money null nicht genügend Mineralien ich baue jetzt auch einen ich weiß noch nicht wie ich meine Gebäude irgendwie in der Produktionsschleife abgeschlossen ich baue mal eine Benji nicht genügend Mineralien so und jetzt Depots nicht vergessen ne man denken naja naja auf irgendein gewissen Punkt musst du dann Doppeldepots bauen durchgängig ich baue jetzt immer 2 Depots meistens aufgedankt und einsatzbereit ich wurde gescannt ist nicht gut aber ich weiß nicht was es ist upgrade ganz kaum noch erwarten naja wir können ja auch scannen und musst du auch gar nicht scouten eigentlich ne das schwimmst du einfach mal irgendwann ja ja das ist halt der Vorteil wenn du ranach so und dann brauche ich Doppelupgrades und nein das ist falsch das ist richtig ja wie gesagt man ist echt an Fotos gewöhnt und überhaupt nicht durch gegen deine Benji hat jetzt schon Angst hat jetzt schon Angst ja ich meine jetzt gehts rund ich habe noch eine zweite nicht genau ich habe meine dritte jetzt auch schon im vielleicht stehen ne dritte habe ich noch nicht was liegt an ich habe noch ein dritter vielleicht meine zweite Benji dritte bau ich jetzt dritte Benji so gehen wir strecken dann vielleicht eine Tarnung bei Erforscht sehr gut ich denke jetzt hier ein Depot ist naja und warum das oh ja die muss ja durchgängig bauen und der war doch nur durchgehig durchgehig nicht genügend Mineralien nicht genügend Mineralien nicht genügend Mineralien ist deine? ja ja ist deine kommt noch was? ich will mal gucken ach shit oh ich habe gerade Dings gebaut das ist tot was kommt? kann sie nicht abheben doch stimmt und wegfliegen du bist nicht tot du bist der wahnung ich geh jetzt wird hier hoch und du kannst kann sich reparieren dann schnell noch wenn du nicht im weg bist ja die hat alle gewesen jetzt dann können wir los da kommt bei dir rein würde kannst du noch den dings holen oder das teil habe ich nicht bekommen das warb teil zum rein wochen so er hat die wupplung Zu EMU habe ich mich überblickt. Boah, ich habe so viel Geld, ey. Nee, ich nicht. So wollen wir. Nein, nein, los. Ah, ich gehe in Scan-Off-Groben, jetzt habe ich einen Scan. Ich habe einen Scan. Ich habe einen Scan. Ich habe einen Scan. Ich habe einen Scan-Off-Panzer gebaut. Ich habe einen Scan-Off-Panzer gebaut. Jawoll. Come on, baby. Das Panzer, schnell hin. Woll mich jemand hier raus. Diese Panzer dahin, der ist schlimm. Nee, der dahin steht, der muss weg. Boah, der raut gerade aus. Nee, wie ist das? Ist schon. So, der erste ist raus. GG! GG, erstes Spiel gewonnen. Ja, warte ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Einspiel-Runde, oder? Oder, äh, Ranking-Runde. Ranking-Runde. Die waren auch nur Gold. Also für Gold reicht es anscheinend noch. Sollte reichen ins Terrain für Gold. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Abonnieren nicht vergessen. Genau, tschüss. 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 Schau. Vater. Schau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020